Ihr kommt bestimmt gerade von unserem Erklärvideo zum Thema Schnittpunkte von zwei Funktionen berechnen und wollt noch ein paar mehr Beispiele dazu sehen. Die kommen jetzt. Was Schnittpunkte sind, das erklären wir hier nicht nochmal. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann schaut in unserem Erklärvideo vorbei. Wie man sie aber berechnet, das wiederholen wir im Schnelldurchlauf. Zuerst müsst ihr die Funktionen gleichsetzen. Dann löst ihr diese Gleichung nach x auf. Auch hier nochmal der Tipp von uns, guckt euch die Verfahren zur Nullstellenberechnung an. Habt ihr den x-Wert bzw. die x-Wert t der Schnittpunkte herausgefunden, dann müsst ihr sie nur noch in f von x oder g von x einsetzen. Gut, dann legen wir jetzt mit dem ersten Beispiel los. Gegeben sind die Funktionen 4x plus 2 und minus x plus 2. Um den Schnittpunkt der Funktionen zu berechnen, können wir jetzt einfach den Schritten von gerade folgen. Also, zuerst setzen wir f von x und g von x gleich. Hier müsst ihr dann aber die jeweiligen Funktionsgleichungen von f von x und g von x hinschreiben, weil wir das Ganze ja sonst nicht nach x auflösen können. Hat man das gemacht, dann löst man es nach x auf. Wir rechnen plus x, minus 2 und geteilt durch 5. 0 ist also der x-Wert des Schnittpunktes. Und den y-Wert finden wir heraus, indem wir den x-Wert in f von x oder g von x einsetzen. Wir nehmen jetzt einfach f von x. 4 mal 0 plus 2 ist 2. Der Schnittpunkt hat also die Koordinaten 0 und 2. Weiter zum nächsten Beispiel. Wir haben die Funktionen 2x² plus 10x minus 2 und 10x plus 6 gegeben. Auch hier folgt man einfach den Schritten vom Anfang. Zuerst die Funktionen gleichsetzen und dann das Ganze nach x auflösen. Auf den ersten Blick sieht das relativ kompliziert aus, aber man kriegt da schnell Ordnung rein. Zuerst minus 10x rechnen und dann plus 2. Noch durch 2 teilen und zuletzt plus minus die Wurzel ziehen. Immer dran denken, dass man bei x² plus minus die Wurzel ziehen muss. Als x-Werte der Schnittpunkte erhält man dann minus 2 und 2. Die beiden Werte setzen wir dann in g von x ein, weil g von x deutlich einfacher als f von x ist. g von minus 2 ist minus 14. Also hat der erste Schnittpunkt die Koordinaten minus 2 und minus 14. Und g von 2 ist 26. Der zweite Schnittpunkt hat also die Koordinaten 2 und 26. Letztes Beispiel. Gegeben sind die Funktionen x² minus x plus 1 und minus x plus 1. Sie beschreiben den Verlauf von zwei Straßen. Die Frage ist, in welchen Punkten sich diese Straßen kreuzen. Bei solchen Aufgaben lohnt sich immer eine Skizze. Wir wollen die Punkte, in denen sich die Straßen kreuzen. Also diese beiden Punkte hier. Die sind nichts anderes als die Schnittpunkte. Was müssen wir also machen? Genau, unser Verfahren anwenden. Zuerst die beiden Funktionen gleichsetzen. Und das dann nach x auflösen. Rechnen wir mal zuerst minus 1. Hm, ok, wie lösen wir das jetzt weiter auf. Wir bringen das minus x auf die linke Seite. Und jetzt ist es so, als wenn wir eine Nullstelle berechnen würden. Jedes Element hat ein x. Also ausklammern. Wir klammern x aus und erhalten dadurch x mal Klammer auf x minus 1 Klammer zu. Eine Lösung ist also x gleich 0. Und die andere finden wir heraus, indem wir die Klammer, also x minus 1, gleich 0 setzen und auflösen. Dadurch erhalten wir die zweite Lösung, die bei x gleich 1 liegt. Das sind jetzt also die x-Werte der beiden Schnittpunkte bzw. Kreuzungen der Straßen. Was noch fehlt, sind die dazugehörigen y-Werte. Dazu einfach die x-Werte in g von x einsetzen. g von x, weil es leichter als f von x ist. g von 0 ist 1. Also liegt der erste Schnittpunkt bzw. die erste Kreuzung beim Punkt 0,1. g von 1 ist 0. Die andere Kreuzung liegt also bei 1,0. Das war es auch schon. Falls Fragen offen geblieben sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir würden uns mega über ein Abo von euch freuen und auch über einen Besuch auf unserer wunderschönen Website. Macht's gut, Leute!